Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ebelsbach. Ja, sieht ein bisschen komisch aus hier, wir sind nicht am Arbeiten, wir sind die Blödsinn am Machen, beziehungsweise es gab einen neuen Mitarbeiter beim L.U. Der Herr Mauer geht zum Händler, wird doch Zweitchef und ja, und zur Feier des Tages haben wir so kleine Spielchen da, ja. Das habe ich eben gewonnen, aber es war jetzt nicht unbedingt, ja, ich habe mich nicht so sehr angestrengt, sag ich mal. Aber auf jeden Fall, der Herr Mauer und ich, wir haben den ersten und zweiten Platz gemacht und ja, der Herr Kremmer ist leider ausgefallen, ist der dritte gewesen und jetzt müssen die nächsten Herrschaften herausfinden, wer dann bei Ihnen der erste wird und der zweite, wer bei Ihnen ausfällt. Und deshalb würde ich sagen, ja, so, da bin ich wieder. Könnt ihr loslegen, würde ich sagen. Einsteigen an die Herren. Ja, mal ja bitte die Gabel noch unter, ne? Genau. Herr Holzhaus, Robertus, Motorenstattung, starten, alles klar. Ah, okay. Herr Richter, ich gebe einen Startschuss. Alle klar, so weit? Der muss ja erstmal noch starten, oder nicht? Alles klar, ich gebe einen Startschuss. Drei, zwei, eins. Jawohl, jetzt geht's rund hier. Nein, das darf nicht vorne angehangen werden. Herr Richter, darf nicht vorne anhängen. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Wurde da man nicht vorher gesagt? Doch, ich habe eben noch gesagt gehabt, das ist aber nicht erlaubt. In den Vorbereitungen. Oh, hier liegen sich zwei in den Clinch. Wurde ich jetzt gerade erst den Anhänger am Anhängen anhängen. Das ist wie so ein kleines Knoblauch zu spielen hier. Oh, ich schaue mal die Sache von oben mal an, so. So sehe ich das ja viel besser. Oha. Glaub, Ludwig, du hast den Anhänger zu nahe gestellt. Das ist doch schick. Kann man schön von oben gucken hier. Jawohl. Ja, die liegen sich im Clinch. Bis jetzt, würde ich sagen, ist er Holzhaus vorne. Ja. Hatte ich ja gesagt. Ja, die Alu. Ja, die Alu. Das bringt's, ja. Ja, wenn die Höhe noch kennen würde von seinem Freund, da wäre das alles einfacher. Ja, perfekt. Die erste, zweite Ball beim Alu. Beim Ludwig die erste Balle drauf, gleich. Beim Herrn Richter auch die zweite gleich. Perfekt. Ja. Oh. Ja. Oh. Wer hat doch schon die dritte? Jetzt geht er rund hier. Ja, ja, ja. Ja, perfekt. Sehr penibel. Und noch so Kerzen gerade. Und, äh, tip top, ja. Kann man da vorbei schießen schon fast, ja. Ja. Ach, Müll hier. Nein, Strohballen. Ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Oh, er will sie beide nebeneinander liegen. Oh, ho, ho. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja. So ist schon eher. Oh, hier, Herr Richter. Hat doch schon drei aufeinander. Perfekt. Sehr gut. Ah, ich glaube, ich muss dem Unternehmer hier nicht mehr so viel Arbeit geben. Die ersten, die ersten Kämpfe arten aus. Aber die machen ja wie lustig so gute Arbeit. So gute Arbeit hier. Siehste doch. So schaut's aus. Ja, ein Gewusel wie Ameisen hier. Ah, er riecht da ein ganz anderes System. Wer liegt hier hinten drauf? Okay. Das wird halt eben beim Abladen schwieriger. Wer liegt hier oben drauf? Mhm. Ja, ich glaube, hier trennt sich schon die Spray vom Weizen so langsam. Die Spray vom Weizen. Die Spray ist doch in Berlin. Ja. 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 Jawohl. Sehr gut. Keine zwei auf einmal. Sehr gut. Ja, darauf. Ja, Ludwig hat auch schon ein Seil rum. Perfekt. Oh, 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 der Herr Richter. Oh, 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 oh. Da muss noch einer rauf, Herr Richter. Das sieht aber schief aus. Alter. Und? Das L.U. ist schon unterwegs. Oh, Glück, dass der Wagen so stabil in der Kurve liegt, Herr Huberthus. Ja, ich kenne mich ja aus, wenn du mal schiefst. Ja. Auch mit so kleinen. Das wundert mich aber jetzt. Ja, früher auch alles gefahren. Ja, L.U. ist auf dem Weg. Oh, 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 Herr Richter. Und schon geht's wieder zurück. Das sieht nicht gut aus. Ja, so kann ich das entscheiden. Wenn der Herr Ludwig jetzt etwas Gas gibt, dann kann er den Herr Richter noch immer überholen. Derweil ist da hinten schon der EU-Chef brendert über das Land hier. Ja, sehr gut. Die Ludwig ist schon zu dunkel, er braucht noch Licht. Immer schön hell. Ja, zu schnell ist die Möhre hier aber auch nicht. Naja, die sind ja alle drei gleich schnell, ne? Alle vier. Ja, das stimmt. So, bin wieder da. Entschuldigung. Ja. Hatte mich gehört, Telefonat. Das ist perfekt. Ich hab mich mal hier ein bisschen in die Höhe geschoben. Um deine Zukunft oder was? Äh, ja. Damit ich mir das besser anschauen kann, hab ich mich ein bisschen hier oben mit einem Fallschirm hier oben rumgeturnt. Sehr schick. Ich glaube der... Ja, der... äh, Hubertus. Ist zurück. Ja. 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 Er ist der Erste, der zurück ist. Anscheinend scheint er doch ab und zu mal zu arbeiten bei der MLU. Oh, die beiden so schön gestapelt. Ich denke mal, der macht sonst nix hier, ne? Oh, oh. Der macht sonst nix den ganzen Tag, glaube ich. Ja, hier, der lutscht dich, der hat mich angefahren. Über die Modulation. Oh, 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 der Herr... Was? Was? Der Herr Meier ist, denke ich mal, wenn es so weitergeht, der Zweite, der losflirrt. Ja. Das... Jetzt ist die Chance da. Macht denn der Herr Richter hier? Ah, misst, 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 misst. Jetzt ist die Chance da. Die Ausreiz für den Neunbeilen aufgestapelt. So war... Der Herr Meier, der erstapelt einfach nur Funktional, ne? Er ist, äh, froh, dass Sie drauf sind, ne? Ja. Herr Richter ist froh, dass, äh, die Form wieder annehmen, die Sie wollen. Soll. Quader, ballen. Und Ludwig, ich weiß nicht, wie er sie drauflegen soll. Du bist genau verkehrt rum, Ludwig. So rum passen die am schlechtsten drauf. Ich bin erstaunt über meinen, über meinen Chef hier, ne? Dass der... Ja, der macht nix anders. Ich hab eigentlich immer gedacht, der macht nicht viel, ne? Aber... Ja, der macht wahrscheinlich nie was anderes, deshalb. Anscheinend, wenn wir alle vom L-U-Hof runter sind, stapelt der wahrscheinlich Ball noch langer Weile. Das, weißt du, das ist, das ist, wenn er viele Bierkisten stapeln kann. Dann kann er das da wahrscheinlich auch gut. Oh, ja. Ludwig hat alle Seine drauf. Perfekt. Sehr gut. Wunderbar. Herr Meier, los, fahren Sie. Das langt. Ich denke, ich hab ein Hut hier. Das langt, Herr Meier. Zwei Gurte lang. Ich hab dich mit festgegurtet. Ich hab dich mit festgegurtet. Das ist Herr Meier. Oh, 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 oh. Der Herr Richter fängt schon an, abzuladen. Müssen wir erst die Runde fahren, Herr Richter. Aber im Prinzip würde ich sagen, wenn der Ludwig nicht ins Wasser fährt, können Sie ruhig schon wieder anfangen abzuladen, Herr Richter. Ich glaub, das schaffen Sie nicht mehr ganz. Dem war Ihnen der dritte Platz sicher. Ah. Hat der Meier aber ein Feingefühl hier am rechten Fuß, ne? Ja. Sehr gediegen, ja. Na, Herr Richter gibt's nicht geschlagen. Das ist auch gut so. Oh, hier muss ich mal hochschalten, schalten, schalten. Ja. Immer fest auf die Tube drücken. Ja, ich würd sagen, der erste Platz steht gleich fest. Noch bevor der zweite Platz angefangen hat abzuladen, ne? Oh, der Kippert, oh, der Wack. Oh, jetzt, Herr Richter hat alle drei Beine drauf. Alle sechs. Oh, 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 jetzt schnell festgurten. Anhängen und dann gurten. Oh, der Witz hat doch noch was spannend. Kannst du los, Herr Richter? Schnell, schnell, schnell. Und los geht's. Mit der Luzi. Alter, der liegt ja in den Kurven. Mein lieber Scholli. Oh, jetzt kommt's gleich hier. Oh, 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 oh. Kommen sich entgegen. Oha. Ja, das hat gereicht. Perfekt. Jo, ich würd sagen, der Gewinner Nummer 1 steht fest. Das war der Hubertus vom LU. So, ja, wir haben ja so wieder zurück. Jo. Äh, ich hätte die Gute noch vorher abgemacht, Herr Lüttich. Ja, ich würde sagen, der LU hat's geschafft. Hubertus? Ich bin so stolz auf dich. Ja. Ach, danke, herrlich. Aber hier, Blume, hast du gesehen, ne? Ja, ja. Du kannst gut Spalen stapeln, also kannst du beauftragen. Du kannst gut hochstapeln, ja. Zumindest den Ballenchef. Äh, den Ballenchef. Hochstapeln können sie. Hochstapeln können sie, gut, ja. Aber er hat auch was entschieden, ne? Fehlt noch. Fehlt noch der zweite Platz. Jetzt geht's los. Er schiebt alles um. Jawohl. Also der Richter hier, der Ludwig, hat noch nichts abgeladen. Nein. Doch, abgeladen ist schon mal, aber noch nicht aufgeladen. Er hat noch einen Ballen drauf. Abgeladen ist schon mal. Oh, hier, der Richter kommt zurück. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Er fährt alles. Er schmeißt alles um. Alter. Da hast du schon gar keine Spanngurte mehr dran. Nein. Irgendwann schon wieder der Fahrt abgehangen. Alter. Hier geht's los. Oh, 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 kriegt der Sterne. Also ich würde fast behaupten, der Herr Meier, der, 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 der würde das Ding noch aus der Hand geben. Ja, der, der, der. Den sicher geglaubten zweiten Platz. Ja. Jetzt geht's los hier. Jetzt, es ist Krieg, jetzt ist Krieg. Jetzt ist Krieg. Jetzt ist Krieg. Oh, der Herr Richter, der Richter führt gerade. Ja, ja. Jetzt wird er sauer, jetzt. Ja, hoffentlich wird er nicht zu sauer und dann wird alles schieben und fällt alles wieder um. Oh, der Meier schiebt ganz vorsichtig ran. Ja, ja, ganz fühlvoll. Das ist wieder Gleichstand. Ja. Okay. Führt der Herr Meier wieder. Ja, ja, ja. Nee. Gar nicht, weil sie dumm, die zweite zu schieben, ne? Ja, aber das wird dem Herr Meier ja gleich nicht mehr helfen, oder? Gibt's eigentlich jetzt oder in der, nachher in der, in der Endrunde noch Zusatzpunkte für gerade Stapel? Nee. Das ist aber schade. Stapel ist Stapel. Ja, ich kann das nur gerade. Ja, wir wissen, dass das sehr schön gemacht ist, aber es hat leider nichts mit der Punktezahl zu tun. Oh, das ist aber traurig. Herr Richter, da ist kein Nudelteller. Der stochelt mit der Gabel in der Luft. Kein Nudelteller. Oh ja, ja, jetzt, 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 kommt der Ludwig, jetzt, legt er auf. Wie ein DJ. Ja, dritte Ball liegt, ja. Und der Richter hat noch die dritte. Und jetzt zusammenprall. Hat sich der Herr Mayer nicht vorhin überhaupt nicht beschwert, dass ich die so schräg gestapelt habe? Könnte sein, ja. Habe ich auch mal gehört, ja. Ja. Könnte, kann wohl sein, ja. Oh, oh, oh. Da hat er sich beschwert und jetzt? Ja. Oder, oder er richtet es noch. Kann natürlich auch sein. Das kann noch passieren, ja. Ach, ich glaube nicht. Oh, er hat sie eng zusammengelegt. Gucken, was oben raus, rauskommt. Er hat mir bot eine Pyramide. Ja. Das sieht so aus. Oh, der Richter hat auch schon die ersten drei. Ah, Mist, 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 der Ball hängt da an. Ja, gestript. Den können wir, den ziehen wir zurück. Nö. Alles gut. Geht nett. Ah, kommt wieder raus, okay. Müsst ja kommen. Ja, dann. Reinfahren, rausziehen. Jawoll. Oh, Herr Richter. Hat auch gar nichts von gerade stapeln. Haben wir nichts gehört hier. Junge, 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 junge. Krumm, kreuz und quälen. Die müssen wir aber noch drehen. Naja, aber du hast ja gesagt, gerade brauchst du nicht, ne? Ja. Nur ich, ich hab's mal wieder gemacht. Darf man die auch hochkern stellen? Nee, oder? Hochkern nicht. Nee. Ja, doch, stapeln ist stapeln. Sehr theoretisch nicht aufgestapelt wie vorher. Genau, vorher warst du, ja. Nur gesagt, drei übereinander. Ja, stimmt. Drei übereinander war ich gesagt. Hab nicht besucht, ihr habt nicht gesagt wie. Das ist eigentlich scheiße, ja. Das haben wir eigentlich falsch gemacht, ja. Ja gut, dann können wir das ja nachher in der Endrunde sagen. Ne, ist ja alles okay. War ja was ne Frage. Also ich würde auch sagen, dass das so in Ordnung ist. Ja, stapeln ist gestapelt. Wie sie aufgestapelt werden, ist das natürlich egal. Das haben wir nicht in die Kategorie eingebunden. Es gibt immer wieder Leute, die diese Schlüpflöcher finden, ne? Oh, mein Richter fällt das um. Oha. Oder kann das auch retten? Kann das? Oh, ja. Hi. Ah, da liegt. Ja, ja, da legen wir zwei auf. Ja, jetzt haben wir hier ein Problem. Wo soll sie hin? Wie soll sie passen? Ist wie Lego-Stein. Das funktioniert nicht. Oh ja, das ist... Wir müssen gleich mal beim Maya gucken, ob das so... Oha. Oh, hält der denn wohl? Das ist ja... Aber sind das denn... Ist das bei Dreier-Stapel oder ist das ein Dreier-Stapel? Das sind zweieinhalb. Die sind gestapelt. Das ist schon mal richtig. Aber ob das jetzt so... Die sind so... Der eine... Der oberste Ball müsste eigentlich mit auf den anderen drauf. Ja. Ich würde sagen, ist noch nicht abgeschlossen. Ja, ich würde sagen, Ludwig, du musst die... Die muss die noch irgendwie wissen hier... Herr Meier? Herr Meier? Ludwig, du... Drei übereinander. Ja, ja. Aber der eine Ball liegt ja auf dem anderen Stapel mit drauf. Die sind ja nicht aufeinander. Die sind aber jetzt nicht die Sache. Die müssen wir noch umlegen hier. Also... Der muss noch ein bisschen verlegt werden hier. Wo der obere... Der Kind zurückschieben. Der verpasst hat. Der muss nur auf dem anderen Stapel drauf liegen. Das ist okay. Oh, der Richter fährt den Wagen auch schon zurück. Richtig. Der hat seine aufgestapelt. Kann der Richter denn hier auch übereinander liegen passen? Ah, ja. Ja, der kommt aber nicht an den anderen dran. Der liegt aber nicht auf dem anderen auf. Nee. Also, wer... Wer hat noch in Ordnung? Ja. Das passt immer. Aber wenn du mal ganz genau guckst, der ist... Liegt zwar über dem drüber, aber liegt nicht auf. Auf liegt er auf dem rechten. Ja, das stimmt, ja. Ja, das sind zwei Stapel. Oh, da fällt der Ball wieder runter. Es ist schon erledigt, Herr Meier. Der Herr Richter ist der Zweitplatzierte. Gut, da sind zwei ausgeschieden. Der Herr Krämer ist raus und der Herr Meier ist raus. So. Für die nächste Runde wären dann noch übrig. Deine Wenigkeit. Meine Wenigkeit. Dann wäre es der Herr Mauer. Danke. Der Hubertus. Und der Herr Richter. Und der Herr Richter, genau. Wir werden in der nächsten Folge dabei. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, unsere kleine Challenge hier, lasst ein Däumchen da, einen Kommentar verschickt. Schaut bei der nächsten Folge vorbei, schaut bei unseren anderen Projekten vorbei. Und dann, passt auf, die nächste Folge wird ganz spannend. Die wird spannend. Ja. Mit allen Gewinnern hier. Ja, da gibt es den ersten, zweiten, dritten und den vierten Platz. Und wie ich gehört habe, noch Gewinngelder. Genau, Gewinngelder gibt es auch noch. Vielleicht bleibt es aber auch in der eigenen Tasche. Wer weiß, wer weiß. Wie gesagt, wenn euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Kommt uns doch noch auf TeamSpeak. Bei Facebook könnt ihr vorbeischauen. Bis dahin, haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.